Meine lieben Zuschauer, das heutige Video ist nichts zum Durchklicken. Denn in diesem Video möchte ich auf Basis von Daten, Fakten, nach und nach euch zeigen, warum die Hegemonie der USA zu Ende geht und welche wirklichen Gefahren aktuell für die US, europäische Wirtschaft und damit auch für den Aktienmarkt bestehen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen und tatsächlich versucht, meiner Argumentationskette zu folgen und mich tatsächlich dabei unterstützt und sagt, da hast du etwas nicht erkannt, das siehst du nicht so oder dass ihr sagt, ich kann dem zustimmen. Es gibt eine tatsächliche und echte Gefahr für die Wirtschaft und, was vielleicht auch nicht so schwierig ist, für die Hegemonie der USA. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Vorab habe ich zwei Off-Topic-Themen und nein, das ist keine Werbung. Die Erfahreneren unter euch, die schon länger dabei sind, die können sich an meine Sinnkrise, an meine Lebenskrise, an die Zeit im letzten Jahr erinnern, als ich mich gefragt habe, was soll denn noch in meinem Leben kommen? Und mitten in dieser Krise fand ich dieses Apple-Putztuch. Einfach ein Putztuch mit dem Apple-Logo, Preis von, ich glaube, über 20 Euro. Und da habe ich gemerkt, ja, mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich habe mir das gekauft, ich habe damit meine Brillen geputzt, ich habe es euch gezeigt und ich habe auch noch meine Monitore geputzt und jetzt ist es mein Anstecktuch. Aber die letzten Wochen und Monate war das Tuch wieder verschwunden. Ich habe wieder meine Sinnkrise zurückgehabt. Und zum Glück gibt es Mr. Cook und er hat ein neues, großartiges Produkt rausgebracht, das mir wieder einen Sinn für mein Leben gibt. Und meine Mitarbeiter, die haben schon alles versucht, damit wir euch das Produkt zeigen können. Die haben sogar beim hiesigen Apple-Händler angerufen und wenn ich mir das überlege, nein, ich werde mir das diesmal nicht kaufen. Ich muss mit der Sinnkrise leben. Wisst ihr was? Apple hat doch den Krieg um die Steckplätze verloren. Lightning dürfen sie nicht mehr benutzen, es muss USB-C sein. Aber wir müssen nicht traurig sein, denn anstatt, dass wir uns jetzt für unsere Geräte, die wir demnächst kaufen werden, mit USB-C-Anschluss und USB-C-Kabel kaufen oder vielleicht geliefert bekommen, nein, wir haben die Möglichkeit für nur 35 Euro einen USB-C-Lightning-Adapter zu kaufen. Das heißt, man steckt diesen Adapter da rein und kann dann seine Kabel benutzen. Großartig, 35 Euro pro Stück. Ich glaube, ich kaufe mir 10 Stück davon. Was könnte es Besseres geben? Ich schlage vor, dass dieser Adapter Produkt des Jahres wird. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann, zweites Off-Topic-Thema, bevor wir zum Hauptthema kommen. Ihr könnt es wieder nicht sagen, auch in dieser Ausgabe nicht, nämlich, dass ich euch nur die schlechten Nachrichten überbringe, denn jetzt kommt wieder die richtig gute Nachricht, den Head of US Equity, der BOFA, ihres Zeichens Frau Subramanian, sie sagt, wir sind in einem frühen Zyklus der Erholung und dass als nächstes die Small Caps steigen sollten. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr an die Aussagen der Head of Equity, also Chef der Aktien, der US-amerikanischen Aktien, der vertraut, müsst ihr jetzt US-amerikanische Small Caps kaufen. Sie sagt übrigens auch, dass die angestiegenen Renditen der Anleihen überhaupt kein Problem für die Aktien darstellen. Also 5% risikolose Rendite, kein Problem. Warum? Unternehmen sind effizienter geworden. Jetzt müsste ich Folgendes sagen, ob Aussage 1 stimmt, weiß ich nicht. Aussage 2 stimmt, ja, sie sind effizienter geworden, sie haben ihre Kosten gesenkt, aber ich weiß nicht, wo die Verbindung zwischen Aussage 1 und Aussage 2 ist. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, sie ist der Meinung, dass wir jetzt in der frühen Phase der Erholung sind, denn was wir gesehen haben, ist, dass High-Risk-Aktien zuletzt gestiegen sind. Also müsste in dieser frühen Phase der Erholung als nächstes Small Caps kommen. Bei allem Respekt, sie sitzt im Fernsehen, sie war vorher bei Mary Lynch, sie ist jetzt bei der BOFA, ich sitze bei YouTube. Trotzdem würde ich mir gerne eine Anmerkung erlauben. Zuletzt sind aber nicht High-Risk-Titel gestiegen, sondern zuletzt sind High-Quality-Low-Risk-Titel gestiegen. Jetzt würde ich sagen, so, es sind doch die Tech-Werte gestiegen. Ja, weil sie nämlich eine sehr saubere Bilanz haben, historisch eher günstig gewesen sind und on top kam auch noch die KI als Fantasie dazu. Wir sind nicht in der frühen Phase der Erholung, das waren wir im Jahr 2020 nach der Rezession. Da ist tatsächlich High-Risk gestiegen, da sind die Pelotons gestiegen und die Zoom sind gestiegen und so weiter. Das war High-Risk und danach sind die Small Caps gestiegen. Also wenn ihr mich fragt, sind wir im späten Zyklus. Ich weiß aber nicht, wie lange das anhält, ist aber nur meine Meinung. Oh, verdammt, ich habe doch noch, erlaubt es mir, ein drittes Off-Topic-Thema und zwar zur technischen Analyse. Ich habe euch letzte Woche gesagt, Freunde, beim Silberpreis erwarte ich, dass der Preis noch weiter runterkommt, nachdem er, jetzt habe ich es, hier an dieser Widerstandszone gescheitert ist, im Bereich der 24,50 Dollar. Wenn ihr euch fragt, was ist das für eine komische rote Linie? Das ist eine automatisch gezeichnete Linie unserer Chart-Software, eine ganz normale Chart-Software, die es demnächst auf den Markt geben wird, nur, dass sie dir on top auch noch FIPS zeichnet, horizontale zeichnet, Unterstützung und Widerstände erkennt und offene Lücken. So, und dann habe ich letzte Woche euch gesagt, wisst ihr was, wir sind hier short gegangen, ich glaube, dass die erste Unterstützung im Bereich von 22 bis 22,40 schon da sein wird. Ich gehe mal eine Zeiteinheit niedriger, nämlich in den 4-Stunden-Chart und da seht ihr, da wird auch diese Unterstützung eingezeichnet, automatisch erkannt. Dazu von der gesamten Aufwärtswelle war hier das 8.61er FIP. Unterstützung, der Markt kommt wieder zurück. Das hatten wir auch miteinander besprochen, dass wir das für eine größere Wahrscheinlichkeit halten, das Silber von hier nach oben abprallt. Obacht, der Markt läuft aber in Richtung potenzielle Widerstände. Wenn wir uns das zum Beispiel im Stunden-Chart anschauen, da zeigt uns unsere Chart-Software, erste Widerstandszone, sind wir jetzt schon gerade dran, im Bereich der 23,20 automatisch erkannt. Die nächste stärkere Widerstandszone ist dann im Bereich der 23,90. Erkennt die Chart-Software Unterstützung, Unterstützung fällt durch, wird zum Widerstand, zeigt ihr die Chart-Software auch an und guckt euch hier die letzte Abwärtswelle an. Hier ist auch noch das 61er FIP. Seht ihr das? Das ist dann die nächste stärkere Widerstandszone. Und das könnt ihr, ich weiß nicht, auch für den DAX haben, wenn ihr wollt. Denn wenn wir uns das angucken, zum Beispiel im Stunden-Chart, Unterstützung wurde erkannt. Nächste Widerstandszone ist im Bereich von 16.000 und ist zu klein für meine schlechten Augen. Entschuldigt bitte, kann ich aber reinzoomen. 16.040 Punkte und wenn wir uns das auf Tagesbasis anschauen, ah ja, die nächste richtig starke Unterstützung sehen wir. Guck mal, hier Widerstand, da potenzielle Unterstützung. Da ist auch noch von der großen Aufwärtswelle das 78er FIP, also merken wir uns das. Die nächste richtig starke Unterstützungszone 14.800 bis 14.400. Und wie gesagt, ihr könnt es von mir aus euch auch im Minuten-Chart anzeigen lassen, wenn es euch gefällt. Es ist alles automatisch analysiert und vorbereitet oder 15-Minuten-Chart. Und wisst ihr was, alle unsere Klienten bekommen in den kommenden Wochen die Beta-Version on top. Wenn euch das interessiert, seid ihr herzlich eingeladen, wir haben sowieso aktuell ein Angebot für euch, kann ich euch später noch dazu sagen. Aber wisst ihr was, ich habe tatsächlich so viel Content für euch vorbereitet, ich muss jetzt mal Gas geben. Letzte Woche, da habe ich ja positive Töne angeschlagen, habe gesagt, also Leute, ich bin ja skeptisch. Trotzdem muss man sagen, dass nicht nur zum Beispiel die Federal Reserve von Bank of St. Louis davon ausgeht, dass es im Jahr 2024 eher ein Soft-Landing geben wird, nämlich Real-GDP-Growth von um und bei 1%. Also Soft-Landing, vielleicht gar keine Rezession, sondern auch andere renommierte Häuser davon ausgehen. Ich habe euch gezeigt, dass Analysten davon ausgehen, dass die Gewinne der S&P 500 Unternehmen im dritten Quartal wieder positiv sein sollten und dass sie davon ausgehen, dass im vierten Quartal die Gewinne sogar weiter steigen sollten. Ich hätte dann ein kleines bisschen Bedenken geäußert, weil ich gesagt hatte, das hier in orange dargestellt ist nicht nur die steilste Zinsanhebungsphase aller Zeiten der FED. Es ist auch so, dass die Rendite der 10-jährigen Anleihe mit 4,2% noch nicht diese Zahl abgearbeitet hat. Und in den früheren Phasen haben wir immer gesehen, dass Zinsanhebungsphasen auch mit der Rendite entweder abgeholt wurden oder die Rendite ein bisschen höher gegangen ist. Also der Markt preist eigentlich schon die ganze Zeit ein, dass diese 10-jährige Rendite demnächst runterkommen soll. Ich habe euch sogar Studien gezeigt von der Federal Reserve Bank of Chicago, da haben Mitarbeiter gesagt, die FED hat eigentlich schon den Kampf um die Inflation gewonnen, denn sie gehen im Base Case davon aus, dass bereits zu Beginn des Jahres 2024 im ersten Quartal eine Headline-Inflation von unter 2,5 erreicht werden wird und noch im Jahr 2024 wir Inflationszahlen haben werden von 2,2% und dass die FED genug getan hat. Entsprechend war es auch überhaupt nicht überraschend, als die Inflationsdaten in dieser Woche rausgekommen sind oder in der abgelaufenen Woche mit einer Headline-Inflation von 3,7% über den Erwartungen und 0,5% höher als im Juli und eine Kerninflation von 0,3%, erwartet war ja 0,2%, im Vormonat 0,2%, dass der Markt sich gesagt hat, ist mir egal. Denn wir sehen in Rot dargestellt, die Inflation ist von knapp 9% runter in Richtung 3,0%, jetzt zuletzt zweimal angezogen, aber die Kerninflation, die ist weiterhin rückläufig. Das hat auch dazu geführt, dass der Markt davon ausgeht, dass im September beim nächsten Meeting der FED, die FED zu 97% die Zinsen nicht anheben wird. Und nachdem die Inflationsdaten rausgekommen sind, sind mittlerweile sogar fast zwei Drittel aller Marktteilnehmer der Meinung, dass die FED die Zinsen auch im November nicht anheben wird. Vor den Inflationsdaten, die ja Achtung, höher ausgefallen sind als erwartet, lag die Rate bei unter 60%. Das heißt, der Markt sagt, läuft. Auch wenn man sagen muss, dass die Lieblingsparameter der FED nicht gefallen sind, nämlich Kerninflation ohne Häusermarkt. Zuletzt gleich geblieben und auf Monatsbasis sogar wieder angefangen anzuziehen. Und Folgendes muss man sich klar machen. Wenn wir uns mal anschauen, Kerninflation. 0,4, 0,4, 0,2, 0,2. Zwei Mal in Folge 0,2. Einige haben wir auch gesehen, war ja auch die durchschnittliche Erwartung der Analysten, waren davon ausgegangen, dass wieder 0,2% kommt. Mich erinnert das so ein bisschen an 100% 96% Fans. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Hannover 96-Fan bin. Dann gewinnt man zu Hause, gewinnt man auswärts. Und dann ist man bei der Meinung, jetzt steigen wir auf. Das nächste Spiel gewinnen wir. Und dann mit einem Mann mehr verliehen wir zu Hause 1 zu 9. Was ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder versuche, euch zu verdeutlichen, ist, der Weg, bis die Inflation tatsächlich besiegt und bekämpft wurde, dauert länger. Wenn wir zwölf Mal in Folge 0,2% hätten, hätten wir eine Kerninflation von 2,4%. Gut, aber wenn wir einen Monat 0,2 kriegen, einen Monat 0,3 kriegen, dann haben wir auf Jahr gerechnet eine Kerninflation von 3%. Das ist 50% höher als das, was die FED haben möchte. Das heißt, wenn ich mir das hier angucke, 0,4, 0,2, 0,2, 0,3, lass mich nochmal 0,2 kriegen, lass mich nochmal 0,3 kriegen, dann hat die FED noch eigentlich einiges zu tun. Das ist aber nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist Energie, allen voran Benzin, auf Monatsbasis, nicht auf Jahresbasis, 5,6%, 10,5% und 10,6%. Auf der anderen Seite Dienstleistungen im Bereich Transport auf Monatsbasis plus 2%. Auf diese zwei Punkte müssen wir achten. Einmal, was die Energiepreise machen, zweitens, was die Dienstleistungspreise machen im Bereich Transport. Was die Ölpreise angeht, da könnte man ja sagen, naja, der Ölpreis steigt, der Ölpreis fällt, kannst du nichts machen. Ist ja auch hochvolatil, sagt ja auch immer Frau Lagarde und sagt ja auch immer Herr Paul. Das sind die volatilen Anteile und dagegen, Achtung, kann die FED auch nicht viel machen. Da sind wir eigentlich beim Thema. Erstens, könnte man ja sagen, dass grundsätzlich zuletzt ja der Ölpreis angezogen hat und deswegen wird es die nächsten Monate keine Rolle spielen. Wisst ihr was? Ich habe euch mal den Chart mitgebracht von Brent und Clout über zwei Jahre. Was haben wir denn eigentlich für Inflationsdaten zuletzt gehabt? April, Mai, Juni, die waren sehr positiv. Was hatten wir denn für Ölpreise im April, Mai und Juni? Oh, da hatten wir letztes Jahr relativ hohe Preise und zuletzt hatten wir hier relativ niedrige Preise, so 90, 80 und zuletzt 70. Stimmt, deswegen ist ja auch die Inflation so stark zurückgegangen. Okay, und was kriegen wir denn demnächst für Inflationsdaten? Ja, da kriegen wir jetzt so September, Oktober, November, da waren wir eher historisch niedrig. Und jetzt sind wir hier eher deutlich höher. Das heißt, die kommenden Monate werden keine positiven Basiseffekte haben für die Inflationentwicklung, sondern negative Basiseffekte. Das heißt, das, was wir die letzten Monate gesehen haben, dass die Inflation wieder anzieht, sollte in den kommenden Monaten laut aktueller Situation anhalten. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn die sogenannte Headline-Inflation, also die Zahl, die oben genannt wird, höher ist, dann hat das Auswirkungen auf den Verbraucher. Der guckt sich einfach an, ah, Gesamtinflation 3% geht. Uh, Gesamtinflation 5%, mh, ouch. Hat eine Auswirkung. Jetzt könnten wir aber argumentieren, Moment, lieber Hamid, der Ölpreis könnte ja wieder fallen. Stimmt. Das heißt, es könnte ja sein, dass wir in zwei Monaten wieder da unten sind. Dann haben wir wieder zumindest neutrale Basiseffekte. Was dafür sprechen würde, der Iran. Also ich kann keinen iranischen Entwickler beschäftigen, ist ja klar, gibt es ein Embargo. Uncle Sam, falls du zuhörst, mache ich auch nicht, wirklich nicht. Bevor du mir jetzt was Böses willst. Aber die USA erlauben dem Iran, ihre Öltanker im internationalen Gewässer fahren zu lassen und dort nicht mehr Öl zu verkaufen. Wie Tankertrackers nämlich zeigt, verkauft der Iran mittlerweile fast 2 Millionen Barrel am Tag an Öl. Zuletzt waren das irgendwas zwischen 1 und 1,2 Millionen. Hip-Hop, hooray! Wisst ihr was? Die 1,3 Millionen, die Saudi-Arabien und Russland derzeit sparen, die werden teilweise ausgeglichen. Vielleicht kommt ja der Ölpreis doch noch runter. Erstens, Saudi-Arabien und Russland haben beschlossen, bis Ende des Jahres das auf jeden Fall durchzuziehen. Und es ist immer noch eine stärkere Kürzung als das, was der Iran zusätzlich auf den Markt bringt. Und ja, die OPEC ist ja auch gleichzeitig ihre eigene Lobbyorganisation. Das heißt, sie schafft es ja auch immer wieder, für sich selbst Stimmung zu machen. Jetzt sagt die OPEC, pass auf, im dritten Quartal fehlt es täglich ungefähr 2 Millionen Barrel. Im vierten Quartal fehlen sogar 3 Millionen Barrel. Aber wenn die OPEC das sagt, dann denke ich mir, ja, ob denn das wirklich so stimmt. Aber man muss sagen, OPEC und IEA sind ja so etwas wie Tom und Jerry. Und Jerry wiederum sagt, nee, nee, das, was die OPEC sagt, stimmt ja gar nicht. Es ist eine der wenigen Male, dass jetzt auch die IEA sagt, sie gehen davon aus, dass 1,2 Millionen Barrel pro Tag zu wenig sein werden. Nicht ganz die 3 Millionen, aber auch die IEA sagt, es gibt mehr Nachfrage als Angebot auf dem Markt. Okay, also, dass das aktuelle Problem durch die Kürzung, die Saudi-Arabien und Russland beschlossen haben, kurzfristig zurückgehen sollten, sehe ich nicht. Was mich nicht freut, ist, wenn ich an die Tankstelle fahre. Was mich aber auf jeden Fall freut, ist, dass wir bei uns in unserem Investmentdepot in Öl investiert haben und gesagt haben, dass wir davon ausgehen, dass der Ölpreis wieder in Richtung 100 Dollar gehen sollte. Jetzt sehen wir den Preis im Bereich von 93 Dollar. Im Übrigen, wisst ihr was, früher könntet ihr entweder in sein Investmentdepot investieren oder ihr könntet mit uns gemeinsam traden. Ihr könntet auch beides haben, aber ihr müsstet auch beide Produkte kaufen. Seit Neuestem und weil es uns nur noch einmal die Woche gibt, bekommt ihr beide Produkte zusammen für nur 59 Euro, falls ihr das Produkt für ein Jahr kauft. Ihr zahlt monatlich, habt uns jeden Tag, wir analysieren für euch den Markt, wir zeigen alle unsere Trades euch, zum Beispiel Silber und alle, die jetzt schimpfen, der ist 1000 Mal im Minus ausgestoppt worden. Nee, in dieser Woche zum Beispiel sind wir gar nicht ausgestoppt worden. Und in der vorletzten Woche waren das nur Plus-Trades, die wir gemacht haben. Und ihr seht nicht nur unsere Ölinvestitionen, sondern zum Beispiel, habe ich auch gesagt, wir haben zuletzt in eine KE-Aktie investiert, die unserer Meinung nach sehr günstig und sehr interessant ist. All das in einem Paket. Und übrigens, ihr könnt die Chartsoftware, die ich gezeigt habe, als erste Nutzen, denn unsere Bestandskunden bekommen dieses Produkt on top auch noch dazu, ohne die Automatisierungstools, aber als reine Chartsoftware. Bleiben wir bei unserer aktuellen Analyse. Jetzt könnte man sagen, aber China geht schlecht. Ja, aber wie man sieht, die People's Bank of China hat die Hauptkreditzinsen zuletzt deutlich gesenkt und Bloomberg Intelligence geht davon aus, dass im September sogar der nächste Move kommt und die Zinsen weiter gesenkt werden könnten. Wir haben durch die Freitagsdaten gesehen, dass Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze deutlich höher gewesen sind mit 4,6% im Vergleich zu 2,5% und auch deutlich höher gewesen sind als erwartet und die Arbeitslosenquote ist zurückgekommen. Und wir haben sogar gesehen, dass die industriellen Output nach oben gegangen ist. Überhaupt keine Frage, überhaupt keine Frage. Ja, zuletzt haben Analysten ihre Erwartungen für das BIP-Wachstum in China herabgesenkt. Linie ist die hier vorherige Erwartung, das ist die aktuelle Erwartung. Nichtsdestotrotz können wir Folgendes sagen. Die Tatsache, dass China jetzt überhaupt keine Öl-Nachfrage haben wird, ist aktuell eher gering. Es sieht eher so aus, als könnte eine Talsohle erreicht worden sein, ob es dann wieder sofort nach oben schießt. Ist eine andere Frage. Wenn wir uns mal angucken, laut Statista, wer verbraucht denn eigentlich am meisten Öl? USA. Danach China. Was ist denn mit den USA? Wir wissen, dass die US-Wirtschaft derzeit noch stark ist. Wir wissen aber auch, dass die USA so viel Öl produzieren wie nie zuvor und sogar etwas mehr als die Saudi-Arabien. Könnte also USA aushelfen? Sieht leider nicht so aus. Denn wenn wir uns die Produktion von Crude Oil in den USA anschauen, die produzieren etwa 12.500.000 Barrel pro Tag, brauchen aber 19.000.000 Barrel. Das heißt, sie sind Importeure. Dazu sehen wir, dass die weltweite Öl-Nachfrage im Juni so hoch gewesen ist wie nie zuvor. Nämlich mit 103 Millionen Barrel pro Tag im Durchschnitt im Juni. Und die EA geht davon aus, dass das sogar weiter steigen sollte. Großes Problem. Die Ölreserven der USA sind auf dem niedrigsten Stand der letzten 25 Jahre. Denn im letzten Jahr hat der Biden die strategischen Ölreserven aufgemacht, um den Ölpreis zu senken. Es ist hoch fraglich, ob er das jetzt nochmal machen wird, während die Preise wieder stark gestiegen sind, weil er eigentlich seine Reserven wieder auffüllen wollte. Das ist ihm nicht gelungen. Und bei dem niedrigen Stand, bei dem wir sind, und die sind ja hier in den 80er Jahren gerade wegen der Ölkrise aufgebaut worden, bin ich hochgradig skeptisch, dass er Biden sagt, lass uns noch mehr Öl freigeben. Das bedeutet, erstens, es gibt zu wenig Öl. Die USA haben wenig Ölreserven. Die USA können aktuell auch nicht dem Markt helfen. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Hatte ich euch sogar gezeigt. Während in den letzten 10, 15 Jahren der sogenannte Arab Light Oil, was man in Saudi-Arabien erwerben konnte, in Europa eher günstiger als der Crude-Preis angeboten wurde, ist zuletzt ein Gap nach oben gegangen. Das heißt, Arab Light Oil ist 4, 5 Dollar teurer als Crude, was man in Europa bekommt. In den USA liegt das sogar bei 6, 7 Dollar. Wie ist denn das gekommen? Ganz einfach. Saudi-Arabien hat im Juli gesagt, die produzieren nicht nur weniger, wir heben auch die Preise an. Habe ich euch auch gesagt. Und, in weiß dargestellt, ist nicht Saudi-Arabien, sondern US Arab Light Oil. Und da seht ihr, hier ist die Entscheidung. Und guckt mal, wie der Preis dann auch richtig anzieht. Oder wie hier der Preis von Crude und Brent zurückkommt. Aber Arab Light Oil bewegt sich kaum. Wie kommt das zustande? Saudi-Arabien, der Staat, sagt, wenn ihr von uns Öl kaufen wollt, zahlt ihr ein Premium. Aber wie kann das eigentlich Saudi-Arabien machen? Erstens, sie sind Hauptexporteur. 10% des weltweiten Öls kommt aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat langfristige Verträge. Saudi-Arabien hat derzeit auf die raffinierten Produkte, beziehungsweise die Unternehmen, haben eine große Marge. Und dann sagt Saudi-Arabien, da nehme ich auch noch was davon. Und on top ist die Qualität des saudischen Öls deutlich besser, zum Beispiel im Vergleich zum US-Schäferöl, was man kaufen kann. Und deswegen ist dieses Produkt besonders gefragt. Die Hegemonie, die die USA hatte, wandert in Richtung Saudi-Arabien. Übrigens, als diese Inflationsdaten rausgekommen sind und bestätigten Berichten zufolge, saß der saudische Ministerpräsident, Verzeihung, Öl-Energiepräsident, in seinem Wohnzimmer und hat gesungen, ups, I did it again. I played with your heart. Denn, was das angeht, ich habe die Befürchtung, dass diese Anstiege in den kommenden Monaten anhalten sollten. Und ich glaube, die FED und die EZB verschlafen das Ganze. Und wir sehen auch, dass US-Verbrauchervertrauen wieder anfängt, nach unten zu kommen. Ich erinnere mich daran, als die Ölpreise vor einem Jahr so massiv nach oben gegangen sind, da hat Walmart weniger Umsätze gemacht. Und Walmart hat gesagt, wir machen weniger Umsätze. Einfach, weil die Leute weniger Auto fahren und dann auch nicht zum Tanken kommen. Weil sie nicht zum Tanken kommen, kaufen sie auch nicht ein. Und das größere Problem, meiner Meinung nach, ist, dass bereits der frühe Zyklus der Inflationsspirale wieder anzieht. Nämlich Transportation Services, öffentliche Transporte und Preise für Flüge mit 2%, 3,9% und 4,9%. Hey, ich muss mehr für Öl bezahlen. Wenn du dein Produkt haben willst, musst du leider mehr bezahlen. Ansonsten lohnt sich das für mich nicht. Also der Supermarktbetreiber muss jetzt mehr bezahlen, damit er die Sachen geliefert bekommt. Was dazu führt, dass die Produzentenpreise steigen. Das führt natürlich dazu, dass die Güterpreise steigen. Wenn die Güterpreise steigen, haben wir wieder die nächste Inflationsspirale. Für den Fall, dass das anhält, was kommt als nächstes? Klar, dann wollen die Leute wieder, dass ihre Löhne steigen. Und deswegen ist das etwas, was ich ganz genau beachten werde. Ob als nächstes diese Zahlen persistieren und dann die Güterpreise womöglich anziehen könnten. Wie könnte man eigentlich das Problem beheben? Man müsste die Nachfrage senken. Denn das Angebot von Öl kriegt man ja nicht gesenkt. Wie kriege ich eigentlich die Nachfrage gesenkt? Ich muss die Zinsen höher machen. Aber wenn ich die Zinsen höher mache und die Nachfrage senke, dann tue ich ja der Wirtschaft weh. Das erhöht ja dann die Rezessionswahrscheinlichkeit. Und deswegen gilt es ganz genau darauf zu achten, was mit dem Ölpreis passiert und was mit der Inflation passiert. Denn, ich zeige noch etwas anderes. Jetzt aktuell, das sind Daten der Board of Governors of the Federal Reserve. Und da sieht man, dass über 50% der Banken jetzt schon ihre Kreditbedingungen angepasst haben. Das heißt, erschwert haben für sogenannte Kleinunternehmen. Das heißt, kleine Unternehmen haben es bei 50% der Banken schon schwerer, Kredite zu bekommen. Das ist auf dem Level der Rezession 2020 oder noch nicht ganz, aber in der Nähe der Rezession 2008. Wir sehen also, dass die aktuellen Zinsniveaus anfangen, der Wirtschaft weh zu tun. Entweder wird der Ölpreis relativ schnell runterkommen. Ansonsten kann es sein, dass die Zentralbanken vor einem erneuten Problem stehen. Und Frau Lagarde, die vor anderthalb Jahren gesagt hat, es ist nur eine Energiekrise. Das heißt, wir sehen überhaupt keine Auswirkungen auf die Güterpreise und wir sehen keine Auswirkungen auf die Inflation, was die Löhne angeht, könnte gegebenenfalls einen Fehler gemacht haben, auch wenn sie es dann bei der Pressekonferenz etwas zurückgenommen hat, zu sagen, wir haben mittlerweile einen Zinssatz erreicht, bei dem wir die Inflation bekämpft bekommen. Denn eins muss man sagen, Stand jetzt, ist das der aktuelle Zinssatz der EZB? Und da oben, das ist die Kerninflation und da oben ist die Gesamtinflation. Bei den USA ist es schon andersherum. Das heißt, da wünsche ich mir und Frau Lagarde viel Glück, dass sie mit dieser Politik erfolgreich ist, denn ich befürchte, dass die Zentralbanken genau das, was wir miteinander gerade besprochen haben, nämlich diese deutlich angestiegenen Ölpreise und die wahrscheinlich hochbleibenden Ölpreise noch nicht mit berechnet haben. In diesem Sinne, ich hoffe, dass diese Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Ich empfehle mich. Gehabt euch wohl. Vielen Dank. Vielen Dank.